Warum hast du mich nicht töten? Ja, wir haben ja noch 3 Minuten Zeit, ne, aber ja, ich hoffe Okay, sollen wir jetzt kämpfen oder nicht? Nee Wie, nein? Das ist ein faires Spiel Dann warte, warte, dann machen wir, können wir uns zusammentun, ein Team, entweder töten wir uns oder wir verschwinden Ja, dann verschwinde ganz diskret Aber nachher werden wir uns so oder so töten müssen Mal gucken, ne? Dann, ich zieh weiter, viel Glück, okay? Ja